Hi, hier sind Flo und Andi. Der Flo hat Immunbooster-Rezepte entwickelt und die möchten wir euch heute gerne vorstellen. Und heute fangen wir mit einem Klassiker an. Wir machen einen Ingwer-Zidronen-Shot passend zur kalten Jahreszeit. Wir haben den Ingwer gewählt. Der Ingwer regt unseren Stoffwechsel an, der schützt unser Immunsystem. Und wir haben eine Zitrone, eine halbe Zitrone, die haben wir schon bereits ausgepresst. Und Andreas, was ist dein Trumpf noch? Ja, mein Trumpf ist der Holunder-Apfel-Limetten-Balsam. So, dann legen wir los. Wir geben eine halbe ausgepresste Zitrone rein. 50 Gramm frischen Ingwer, den haben wir schon bereits eingeschnippelt. Und dann, Andreas, du hast uns was aus dem Jahr in die nächsten Küche mitgebracht. Wie schon erwähnt, der Holunder-Apfel-Limette-Balsam. Die Limette passt ja super gut zu dem Ingwer und zu der Zitrone. Und wir geben jetzt, weil gerade ein frischer Ingwer ist extrem scharf, wenn man den jetzt sofort trinken würde. Darum habe ich mir gedacht, geben wir nur Holunder und Apfel dazu. Das macht das Ganze etwas milder und süßlicher. Und dann kann man das wunderbar trinken. Felsstoffausflug. Sehr gut. Wir haben einen wichtigen Klassiker. 50 Milliliter, also da darf man jetzt genau die Hälfte davon reingeben. Gut, und dann mixen wir das Ganze. So, und dann schauen wir mal auf unseren Immunbooster, der unser Immunsystem stärkt und unseren Stoffwechsel anregt. Also, dann haben wir es. Zum Wohle. Wenn ihr noch mehr Videos von uns sehen wollt, wir werden ein paar Rezepte euch vorstellen. Das war jetzt das erste aus dieser Reihe Immunbooster. Ansonsten auf unsere Gesundheit. Bis bald.